Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed World. Jo, ich habe hier gleich mal den Ford Mustang Boss 302 von 2012 rausgekramt. Wir gehen in die Welt und wollen mal sehen, was so alles anliegt. So, das will ich jetzt nicht machen. Ich möchte da teilnehmen im Multiplayer und derzeit werde ich ein bisschen rumfahren. Yay. Oh. Oh, da habe ich schon ganz schöne Kratzer reingehauen. Jo. Jetzt bin ich in der Lobby, in der Lobby. Und das finde ich toll. Ah, da kommt nichts. Hm. Ja. Rum, rum, rum. Mausenstück weg und... Ah, gegen wen forschen? Bestimmt gegen so einen übelsten Bonsenmongo. Oh. Oh. Der zieht mich trotzdem ab. Das weiß ich jetzt schon, weil ich mich jetzt längere Zeit nicht gespielt habe. Weil wie schon gesagt, ich nehme das meistens im Wöchelchen... ...vorher auf. Mann. Kabel. Vom scheiß Kontrollers Kabel war im Wäsch. Mensch. Mann. Ja. So. Dankeschön. Und... Oh. Ich gucke immer so ein bisschen auf die Map, weil man weiß ja nie. Weg damit. Oh, Mann. Ich fahre so scheiße. Wenn man daraus ein Video machen könnte. Oh. Ich glaube, da würden wir nur noch Winde sehen. Ja, da kommst du mit deinem Lambutsch... Dini, Dini, Dini... Nicht mehr hinterher. Oh, da hätte ich abkürzen können. Trotzdem bin ich schneller. Hallo? Hallo? Was läuft hier falsch? Rum. Gewonnen. Bin ich nicht geil? Ich weiß. Danke. Ich bin geil. Nicht mal mit der Scheiße Seite hergekommen. Noob. Jetzt freue ich mich. Und am Ende war es doch nicht so wirklich. Oh, da. Ohne Spaß. So ein Dreck. So ein Dreck hier. weiter. Karte. Karte. D. Sprint. Nehmen wir doch mal dran teil. Willkommen zu Palmersprin Der wird mich abziehen, der wird mich abziehen, der wird mich, es könnte sein, dass der mich abzieht, weil, juckt, hat wieder einen, hat es an der Nase gerückt, weil ich bin, habe zur Zeit ein, ja, sagen wir es so, ich bin leicht, 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 sehr leicht erkältet, also ich habe nur ein bisschen, manchmal ein bisschen schnupp, manchmal niesig, manchmal hustig ein bisschen, aber sonst, relativ wenig eigentlich davon, muss ich sagen, obwohl mir das Mikro schon wieder sagt, ich werde zu leise, obwohl ich fast direkt davor bin, also das macht mich schon manchmal stutzig, aber, Das ist halt ein R hier Oh, niedlich, oh Was ist das Stuten? WTF WTF Scheiße, jetzt startet es schon Maus aus dem Bild Maus aus dem Bild Maus aus dem Bild Nein Ich muss sagen, perfekt, das ist das Kennzeichen, was ich dran habe Italien Ja Und ich fahre ein amerikanisches Muscle Car Oh Du So Schön bremsen Ähm, da lang So Läuft heute Läuft heute So, der erste bekommt jetzt erstmal schön auf die Fresse Hoffe ich mal Hoffe ich mal Nö, 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 nö Nö, nö Wow, 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 wow Ja Vorbeigequitscht Bam Bam Ist doch noch dritter geworden Das war aber jetzt nur Lack, weil der hängen geblieben ist, sonst hätte ich das nicht geschafft Never again Ich sag einfach nur Scheibentönung Saphir Bam Bam Ich glaube den fahre ich nochmal, weil der hat mir richtig gut gefallen, bloß mit einer anderen Kiste Weil ich glaube die ein bisschen gedamaged Ja, ich wusste es doch Wagen wechseln Dann nehmen wir mal 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 So Map Als Karte Teilnehmen Multiplayer So Jland Nnennen Nnennennen Nnennen Nes Es ist wieder mal Ein und selbe Spiel Wie wir es schon kennen Oh Was mit dem Tunnel Krasse Scheiß Junge Und hier hätten wir noch eine Flucht Falls das hier nicht klappen sollte Was ist denn jetzt los gewesen Yo Bitch 721 400 und bisschen was Ach du Muschi schon wieder Ein Toyota Supra Sieht ässlich aus Naja Naja Ich bin nicht so für die alten Kisten Deswegen müsst ihr das verstehen Ahem Mal aus Ein bisschen aus dem Bild Guck mal schön Den Trigger ein bisschen Boom 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 Nee Ich hab's beseitigt Yeah So Base 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 Es müsste Bonuspunkte geben. Ja, bremsen ist manchmal scheiße, aber besser als thriften, aber egal. Ich weiß ja, wie es das Sprichwort ist, wer bremst, verliert. Deswegen achte ich mal so gar nicht bis überhaupt nicht drauf. So. Oh, sorry. So. Jetzt müsste aber mein BMW ein bisschen ziehen. Weil der hat ja schon ganz schön, Wumms, dahinter habt ihr jetzt gesehen. Also, ne. Das ist schon was Schmarrn. So. Yay. Dreimal Nitro. So ein Scheiß. Ich will nochmal. Guckt euch, guckt euch die Bobs an. Guckt sie euch an. Eiskalt gegen den BMW geverloren. M3 GTS. Soll schon was heißen. Und ich fahr schon nicht gut, ne. Habt ihr ja gesehen. Ich fahr ja eigentlich dauernd während. Gegen die Wand, Junge. Ah ja. Und jetzt kann ich ja ein bisschen auf den Handy was machen. Und. Hervor. humor. M2 GTS. Musik. Musik. Schmarrn. Oh, 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 oh. Das leckt denn ja so rum. Komplett verkackt jetzt. Na, danke. Weil ich mal ganz kurz auf dem Handy-AFK war. Ja, gib mir ein. Das Auto ist geflogen. Bist du ein Bongo der Wichskunst? Hier, nimm das. Ich bin ganz schön leicht auf der Hinterachse. Ist mir gerade aufgefallen. Leck mich. So. Passte davon, wenn du dich mit mir anlegen willst. Na. Kommt aber auch kein Auto, gell? Ja. Ist dir das schon mal aufgefallen? Was manche hier für Lack haben müssen. Oh, das war jetzt ein Fehler, dass du stark gebremst hast. Macht aber auch fun. Äh, der bremst, verliert! Wui! So, jetzt kann ich wieder auf den Handy ein bisschen was kurz tippen. Moment. Moment. Wo ist denn da? So. Weiter. Überspringen. Weiter. Ähm. Yay! Hat sich richtig gelohnt. So, wir haben's. Obwohl, nö. Warte mal, warte mal. Ich will ein anderes Auto. Ja, ich weiß, heute war die Folge sehr, sehr, sehr spannend. So eine schöne Sorvette. Ich weiß, irgendwie ein und selbe Rennen ist langweilig, aber ich find's gott geil. Risch, richtig geil. Ihr wisst, was ich meine. Ähm... Okay. 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 So, letzte Rennen für heute. Dann haben wir nämlich 20 Minutes. Moment, mir hat jemand geschrieben. Hey, was? Hey, was? Ich weiß, meiner braucht... Fuck dich doch einfach, du! Jetzt reicht's. Ja, ich nehm' Schild, Mama. Boah. Bam! Fuck you! Alter. Also mit den Dingen muss ich mir erst mal einfahren. Und so. Und so. Ich frag mich, ob das mit Lenkrad geiler ist, das Spiel. Aber ich glaub, das hat gar keine Unterstützung dafür, gell? Wenn ich mich da jetzt nicht irre, das dürfte jetzt keine Lenkrad-Unterstützung haben. Sag mir was anderes. Ja, perfekt. Immer so kurz vor Ende, weißt du. Boom. Naja, da haben wir's wieder geschafft auf Platz 3 in diesen Rennen. Das müssen wir aber bald. Scheiße. Fünfmal Nitro, willst du mich denn eigentlich heute verarschen? Oh, oh, oh. Handy? Warte mal. Sag... ...das... ...doch... ...gleich. So. ...weiter. So, da würde ich aber jetzt auch mal an... ...der Stelle sagen... ...dass... ...was. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.